Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute unterwegs in Weißig, das ist zwischen Türmsdorf und Kurortraten. Und heute geht es da hinauf zum Rauenstein. Dieses Video ist jetzt in originaler Geschwindigkeit. Wer es etwas eiliger hat, für den habe ich noch eine 16 Minuten Version im Zeitraffer, bei mir online auf dem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß bei meiner kleinen Wanderung und wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst gerne ein Like und einen netten Kommentar. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, dann zählt doch mal die gelbe Wegmarkierung, wie oft diese zu sehen ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Viel Spaß jetzt beim Zuschauen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.